Okay. Neues Spiel, neues Glück. Nein, nur Spaß. Ich will euch etwas ganz anderes erzählen und zwar viele Anfänger haben das Problem, dass sie mit dem Rückstoß von den Waffen in dem Game nicht zurückkommen und das kann ich wirklich gut nachvollziehen. Ich spiele das Spiel jetzt seit knapp 1000 Stunden und das ist wirklich nach wie vor einer der nervigsten Aspekte des Games. Wie kriegt man diesen Rückstoß kontrolliert? Dazu habe ich immer ein paar Gedanken gemacht. Erzähle ich euch in dem Video. Als allererstes, wir gehen auf die Practice Range. Dann spawnen wir uns die Waffe mit dem höchsten Rückstoß, die es gibt. Das wäre die Barrel. Wir spawnen uns ein Quickdraw. Nein. Und wir spawnen uns ein Red Dot. Damit sind wir erstmal... Achso, und wir spawnen uns Level 3 Gear. Und wir spawnen uns unglaublich viel Munition. So, jetzt haben wir alles, was wir brauchen. Das ist die Ausgangssituation. Die Waffe mit dem höchsten Rückstoß, Munition in rauen Mengen und die Shooting Range. Wie funktioniert diese Shooting Range? Ich weiß nicht, wahrscheinlich waren die einen oder anderen schon mal hier. Die meisten werden wahrscheinlich eigentlich direkt immer in irgendwelche Games starten und dieses Training-Szenario voll außen vor lassen. Ich persönlich finde diese Shooting Range praktisch. Ihr schießt da drauf und es zeigt euch hier an, wie viele Schüsse ihr getroffen habt. Könnt ihr wieder zurücksetzen. Und was machen wir jetzt? Wir machen jetzt was Ultrastubides. Wir rotzen einfach nur hier auf dieses Zielkreuz. Äh, auf diese Zielscheibe. Und das 5 Minuten am Tag. Wir schauen mal ganz kurz, was passiert, wenn ich den Rückstoß nicht ausgleiche. Ja, er kommt irgendwo hier oben raus. Also die Waffe fängt an so, äh, horizontal zu schießen und irgendwann schießt er quasi fast 90 Grad nach oben, wenn er diesen Rückstoß nicht ausgleicht. Das bedeutet, wir müssen eine Technik finden, wie man diesen Rückstoß automatisch ausgleicht. Und es geht über Muskelgedächtnis oder im Englischen Muscle Memory. Muscle Memory bedeutet, ihr müsst so lange üben, bis ihr nicht mehr aktiv drüber nachdenken müsst, wie ihr diesen Rückstoß ausgleicht. Das bedeutet, was macht ihr? Ihr stellt das Ding zurück auf Null und rotzt einfach da drauf. 7 Schuss getroffen. Nicht gut. Zurücksetzen. 13. Auch nicht gut. Zurücksetzen. 13. Die Hälfte des Magazins. Knapp die Hälfte. 11. Und so könnt ihr euch langsam quasi rantasten und sukzessive immer besser werden. 5 Minuten pro Tag hört sich wenig an. 5 Minuten stumpf auf so eine Zielscheibe schießen. Ist ziemlich lang. Probiert es aus. Setzt euch einen Timer. Macht es jeden Tag 5 Minuten. 13. Und dann schreibt mir mal in die Kommentare, was euer Highscore ist. Würde mich mal interessieren. Also 12. Und vor allem schreibt mir auch mal in die Kommentare, was nutzt ihr für Equipment. Weil ihr müsst oder ihr könnt versuchen, das Equipment quasi zu optimieren, sodass ihr so gute Ergebnisse erzielt wie möglich. So gute Ergebnisse erzielt ihr, wenn ihr immer konsistente Randbedingungen habt. Konsistente Randbedingungen bedeutet, ihr habt immer dieselbe Reibung zwischen Arm und Mousepad. Und ihr habt immer dieselbe Reibung zwischen Maus und Mousepad. Und das geht am einfachsten, indem ihr beispielsweise ein Glas-Mousepad nehmt. Ein Glas-Mousepad hat einen relativ niedrigen hat einen niedrigen Reibungskoeffizienten. Sprich, die Maus gleitet über ein Glas-Mousepad viel einfacher drüber als beispielsweise über einen Stoff oder so ein Schaumstoff-Mousepad. Warum ist das so? Ihr schiebt quasi die Maus, ihr könnt die Maus quasi sonst mit eurer Hand oder allein mit dem Gewicht der Hand in diesen Schaumstoff reindrücken und dann müsst ihr diesen Widerstand, den ihr da zusätzlich erzeugt habt, überwinden. Je nachdem, wie tief ihr das reindrückt, ändert sich der Widerstand. Nein, ihr wollt immer konsistenten Widerstand haben, damit diese Muscle-Memory sich nicht immer wieder umstellen muss. Damit ihr nicht immer wieder neu den Widerstand überwinden müsst und drüber nachdenken quasi. Das bedeutet, ihr braucht so ein konsistentes Setup wie möglich. Das bedeutet, ein Glas-Mousepad ist wirklich aus meiner Sicht das Nonplus-Ultra, was man an einem Mousepad haben kann. Ihr habt außerdem auch gesehen, ich zeige es euch nochmal, wie hoch das Zielkreuz wandert. Das bedeutet, um das auszugleichen, müsst ihr die Maus sehr weit bewegen. Ihr müsst die Maus sehr weit auf den Mauspad zurückziehen. Ein kleines Mauspad, da habt ihr keine Chance. Wenn ihr auf so einer Briefmarke als Mauspad spielt, dann könnt ihr die Maus gar nicht so weit nach unten ziehen, ohne dass ihr aus dem Mauspad rausfahren. Lange Rede, kurzer Sinn, holt euch ein großes Mauspad. Holt euch ein großes Mauspad. Das Mauspad, das ich verwende, habe ich einen Link in der Beschreibung, finde ich persönlich sehr gut, kann ich jedem empfehlen, ist allerdings nicht ganz preiswert. Skypad XL heißt es, glaube ich. Und was man dann noch machen kann, wenn das alles nichts nutzt, ist, man schaut mal kurz in die Einstellung, geht mal in die Einstellung rein und guckt mal bei Controlled. Vertical Sensitivity Multiplier. Das ist ein wichtiger Punkt. Der sorgt nämlich dafür, dass eure Sensitivity in der Vertikalen anders eingestellt werden kann, als in der Horizontalen. die Vertikale ist das, was euch interessiert, wenn ihr diesen Rückstoß kontrollieren wollt. Der steht bei mir auf 1,65. Das bedeutet, meine vertikale Sensitivity ist 65% höher als die Horizontale. Das bedeutet, ich muss die Maus in vertikale Richtung 65% weniger bewegen, um dieselbe Bewegung in-game hinzubekommen, wie in der Horizontalen. Das ist nur dem geschuldet, dass das Spiel so einen ultrahohen Rückstoß hat oder dass die Waffen im Spiel so einen hohen Rückstoß haben. Und das ist der Grund, wieso ich hier den Multiplier auf 1,65 hochgedreht habe. Alles andere ist, glaube ich, mehr so in dem normalen Bereich. 53, 53, 53 hier, einfach um Konsistenz zu haben. Egal, ob ich Hip Aim mache, also Zielen aus der Hüfte oder Aiming Downside, also sprich einfach oder Holo, Visier verwende, alles immer bei 53. Auch die General Sensitivity immer 53, sodass das alles konsistent ist und nur, wenn ich dann wirklich auch das Zweifach, das nutze ich auch im Nahkampf auch bei 53. Alles auf einer Sensitivity lassen, damit ihr euch nicht bei jedem, wenn ihr links klickt, habt ihr eine andere, also wenn ihr ins Ziel reingeht, habt ihr eine andere Sensitivity, wie wenn ihr aus der Hüfte feuert. Das ist alles nichts. Einfach mal das alles konsistent lassen und wenn ihr dann hingeht zu den Sniper Scopes, naja, Dreifachscope ist kein Sniper Scope, aber wenn ihr zu diesen Sniper Scopes hingeht, dann könnt ihr da langsam die Sensitivity hochdrehen, einfach oder runterdrehen, besser gesagt, einfach um diese kleinen Bewegungen zu ermöglichen, die ihr braucht, wenn ihr auf große Distanzen schießt. Aber für Sprays aus nahen Distanzen wichtig, diese Zahlen sollten alle gleich sein, halbwegs und diesen Vertical Sensitivity Multiplier, wenn ihr wirklich Vollauto spielt, dann ist der sehr wertvoll, weil dann könnt ihr damit dieses, könnt ihr so einstellen, dass ihr diesen Rückstoß besser ausgleichen könnt, also nicht quasi zweieinhalb Meter zurückziehen müsst auf dem Mauspad. Okay, Gaming Sleeve auch wichtig, oder was heißt wichtig? Gaming Sleeve nutze ich manchmal, um einfach auch dafür zu sorgen, dass die Reibung zwischen der Hand und dem Mauspad gleich ist und die Maus, wie gesagt, sollte große Mauspads haben, Mauspads sag ich schon, große Glidepads, damit man möglichst wenig Widerstand hat zwischen der Maus und dem Mauspad. Dann war noch eine Sache, die wollte ich erzählen, ach so, genau, wir schauen uns auch nochmal ganz kurz an, reset nochmal ganz kurz, neun, also die Barrel ist wirklich ein Biest, 16 war gar nicht schlecht. Acht, ähm, ich schmeiß die mal weg, beziehungsweise das Reddard, lass mal da, und wir nehmen mal, wir spawnen uns mal die Js9, jetzt neu in Rondo, und dann, äh, nehmen wir mal die Js9 und, und, wie so, kriegen wir Munition, ja, und vergleichen das mal, Js9 mit Reddard, keine weiteren Funny Anbauteile, einfach nur Reddard an der SMG, und jetzt resetten wir mal kurz und schauen mal, wie wir da den Rückstoß kontrollieren können, 18, nicht wirklich gut, aber, haben wir noch besser, 24, 22, oh, das war schlecht, 15, 15, auch nicht gut, ähm, aber im Großen und Ganzen ist natürlich die Js9 extrem viel leichter zu kontrollieren als die Barrel. Schon allein deswegen rentiert sich mal auf diesen Stand zu gehen, ihr könnt dann auch die ganzen Anbauteile, wie beispielsweise Vertical Foregrip, äh, Kompensatoren, all diese Geschichten mal vergleichen, mit wem, mit was ihr am besten zurechtkommt, und ihr könnt vor allem die Waffen auch untereinander vergleichen, und ihr könnt, wie oft kommt's vor, ihr landet in einem Haus und M4 und eine Org liegen da. Org, wir wissen alle, die Org hat eine schnellere Time-to-Kill als die M4, aber probiert mal aus, wie viele Schüsse von den, aus der Org ihr trefft und wie viele Schüsse aus der M4 ihr trefft. Wenn ihr rausfinden solltet, dass ihr die M4 viel besser kontrollieren könnt, dann rentiert sich's nicht, die Org zu nehmen, nur weil sie eine bessere Time-to-Kill hat. Nein, es geht darum, dass ihr mit der Waffe zurechtkommt, und ihr nehmt die Waffe, mit der ihr am besten zurechtkommt. Ihr findet heraus, mit welcher Waffe ihr zurechtkommt, geht auf den, ähm, geht ins Training, geht auf den Schießstand und schießt einfach mal 2000 Schuss auf so eine Zielscheibe und guckt, was für Zahlen stehen oben in der Ecke. Wenn die Zahlen oben in der Ecke bei der M4 konsistent höher sind als bei der Org, dann nehmt auf jeden Fall die M4. Das ist dann die Waffe, mit der ihr besser zurechtkommt. Und das rauszufinden, kann euch viel bringen, weil ihr dann nicht im Spiel sagt, Org, da drüben liegt eine Org, alle Profis spielen die Org, ich nehm die auch. Die Profis haben vielleicht es 50-fache oder es 100-fache an Zeit im Training immer verbracht wie ihr, nehmt die Waffe, mit der ihr zurechtkommt. Bei mir wäre es jetzt zum Beispiel so, wenn ich eine JS9 liegen habe und eine Barrel und ich habe keine Anbauteile für beide Waffen, dann werde ich mit der JS9 auf jeden Fall eine viel niedrigere Time-to-Kill haben als mit der Barrel, weil ich die JS9 einfach viel besser kontrollieren kann. Und mit der JS9 kann ich beispielsweise auf 100 Meter noch einen Sniper bekämpfen, wohingegen mit der Barrel ich da auf Einzelschuss umstellen müsste und dann Single tappen, was sehr aufwendig ist und auch langsam ein Time-to-Kill zur Folge hat. Also übt da ein bisschen, probiert ein bisschen rum, wenn ihr wirklich stupide einfach nur euer Muskelgedächtnis trainieren wollt, dann nehmt die Barrel ohne Anbauteile, um einfach dieses Ausgleichen zu üben von dem Rückstoß. aber probiert auch ein bisschen rum, welche Waffe ist die, mit der ich am besten zurechtkomme und nehmt auch mal Waffen, die ihr normalerweise immer links liegen lasst. Wenn ihr zum Beispiel rausfindet, dass ihr mit der SCAR gut trefft und eine hohe Trefferquote hat, dann gibt es überhaupt keinen Grund, warum ihr eine Barrel nehmen solltet, wenn eine SCAR daneben liegt, obwohl auch sagen, ja, die SCAR ist die schlechtere Waffe. Wenn ihr mit der SCAR zurechtkommt, dann spielt die SCAR. Ja, ganz einfach. Und das ist, glaube ich, so ein ganz wichtiges Appell und fiddelt auch mal ein bisschen mit diesem Vertical Sensitivity Multiplier rum. Der kann auch sehr, sehr mächtig sein. Wichtig ist auch, dass ihr nicht ständig an allen Einstellungen rumspielt, sondern ihr stellt die Einstellung einmal so ein, wie ihr sie habt, dann spielt ihr damit mal eine längere Zeit und dann macht ihr vielleicht noch so kleine, kleine Justage. Aber macht, stellt nicht zwischen jedem Spiel neu eure Einstellung ein, das bringt nichts. Dann habt ihr nie die Möglichkeit, euer Muskelgedächtnis zu trainieren. Ihr braucht eine Konsistenz und die Konsistenz ist alles. Konsistenz ist das Wichtigste, deswegen auch Gaming Sleeve sorgt dafür, dass ihr immer die gleiche Reibung habt zwischen Mauspad und Hand und ein gescheites Mauspad sorgt auch für Konsistenz. Glas Mauspad, ich kann es mal kurz hochhalten, das ist ein Riesentrum. Glas Mauspad ist natürlich jetzt was, was vielleicht nicht für jeden erschwinglich ist oder sonst wie. So sieht das Ding aus. Oh, das ist riesig, man sieht es gar nicht richtig. Oh, das ist cool. Kann mich unsichtbar machen. Also ihr seht, das ist ein Riesending. Das Mauspad ist genial, es ist riesig und es hat echt eine niedrige Reibung und ihr könnt die Maus nicht in ein Glas Mauspad reindrücken und damit die Reibung erhöhen, das geht einfach nicht. Deswegen absolut bestes Ding, was ich mir gekauft habe zum Zocken, muss ich echt sagen. Okay, jetzt habe ich lang genug rumschwadroniert. Ich hoffe, ihr habt ein bisschen was lernen können. Ich habe vielleicht auch ein bisschen was Neues gelernt und vielleicht wusstet ihr auch noch gar nicht, dass man hier auf diesen Trainingsdings da aus diesem Schießstand da rumschießen konnte und sich dann auch die Ergebnisse anzeigen. Falls ihr was Neues gelernt habt, like und subscribe da lassen und schreibt mir bitte auch mal in die Kommentare, wie viele Treffer ihr macht auf 50 Meter mit einer Barrel ohne Anbauteile. Das würde mich mal interessieren, weil das ist so die Königsdisziplin bei PUBG letzten Endes und vielleicht schreibt ihr noch drunter, was für ein Mauspad und was für eine Maus ihr verwendet. Das würde mich auch sehr interessieren. Okay, bis dahin sage ich danke fürs Zuschauen, passt auf euch auf und we see us on the battlegrounds, wie es immer so schön heißt. Ciao, ciao, macht's gut.